Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhausi heute Freitagmorgen? Ich bin jetzt am Bearbeiten, das Zucker über das Feldes bereit zu machen, mit dem Klingenrotor. Mache ich da eine Überfahrt und dann ist das Feld bereit, um 3 Uhr wird gesät, vom Lohnunternehmen, der Lohnunternehmen, ja. Saatbetrieb, Säbetrieb Ersigen, so heisst das genau. Jetzt sind wir wieder in den Sinn gekommen, jawohl. Hier mein Klingenrotor, Gegoraro, der Firma Althaus Ersigen, wird dort gekauft. Der Klingenrotor wird hier in unserer Gegend sehr wenig verwendet. Seht ihr die Klingen? Von vorne habe ich meine Fismenwalze montiert. Er reitet auch immer sehr gut mit den Ringen und den Kleinen. Bei den Kleinen geht es Nollen. Die Erde ist gut. Ich habe zuerst Angst gehabt, es könnte zu nass raufkommen. Aber das kommt gut. Jetzt muss ich mich sputten, da muss ich alles raufarbeiten. Um 3 Uhr muss ich fertig sein. Um 15 Uhr muss der Bauer quasi bereit sein oder fertig sein. Dann fahre ich hier im Feld mit dem Joystick schneller, längsamer. Hier kann ich schnell korrigieren. Wenden, alles ohne Kuplung und so weiter. Dann fahre ich hier mit einer Wendeschaltung. Die Wendeschaltung ist hier vorwärts-rückwärts. Läuft auch, wenn man mit dem Joystick fährt, kann ich den hier wenden. Und ich kann ihn auch halten, dass er still steht an diesem Bebel hier. Das funktioniert immer und geht immer bestens beim Fernsehen. Sehr bequem zu fahren, schnell wenden, ermüdungsfrei fahren. Wir fahren 3 Stundenkilometer mit der Tausender Zapfelle, mit 920 Umdrehungen und 1750 Motorendrehzahl. So ist er eingestellt, der Fett 311. Mittlerweile ist er an dem Ofen leichter geworden und ich fahre. Mit 5 Stundenkilometer geht er wesentlich schneller. Feld fertig bereit. 10 vor 2. Ich bin da gut drin mit der Zeit. Es ist schneller gegangen, als ich gedacht habe, die 3,4 Hektaren bereit zu machen. Die Erde war trocken genug und krümmlig und konnte gut bearbeitet werden mit dem Klingenrotor. Ja, und noch so als Info für diese 3,4 Hektaren eine durchfahrende Klingenrotor und Frontpackerwalze habe ich 50 Liter Diesel gebraucht. Finde ich auch noch gut. Also, der Säbetrieb Essigen kann kommen, meine Zuckerrüben säen. Das ist der Ende.